Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch in diesem Trio kurz vorgestellt diese drei Kartenspiele hier vorstellen. Wave, The Academy und Kabanga. Das erste von Cosmos, The Academy und Kabanga von Amigo. Und diese drei Kartenspiele könnten gar nicht unterschiedlicher sein, sodass ich euch hier ja drei Kartenspiele präsentiere, die auf unterschiedliche Arten und Weisen aber ziemlich cool sind. Wir fangen mit dem Spiel Wave an. Wave ist ein kooperatives Spiel für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahre, dauert ungefähr 25 Minuten pro Partie und wir versuchen hier gemeinsam Karten abzulegen. Es gibt Kartenzahlen, also die Zahlen von 0 bis 5 in sechs verschiedenen Farben. Jede Zahl gibt es nur einmal. Auf manchen Karten sind noch solche Richtungswechsel-Symbole angegeben, hier mit diesem Doppelfeil, die dann sagen, wenn man die Karte ausgespielt hat, dass ein Richtungswechsel stattfindet. Das macht man dann mit dieser Karte, zeigt man das dann an. Die dreht man dann einfach und dann weiß man, welcher Richtungswechsel vollzogen werden muss. Und dann ist es so, dass diese Karten ja unterschiedliche Farben haben und diese Farben bedeuten unterschiedliche Wertigkeiten. Es gibt hier so eine Übersichtskarte, wo man sieht, welche Wertigkeiten die Farben haben. Also von hell ganz niedrig bis dunkel ganz hoch. Also das Dunkelblaue ist dann die höchste Wertigkeit. Und nun müssen wir auf den Stapel in der Mitte immer eine Karte abspielen, die entweder eine höhere Zahl hat oder eine höhere Farbwertigkeit. Und jeder Spieler hat am Anfang fünf Karten auf der Hand, aber diese fünf Karten, die man auf der Hand hat, die hat man nicht standardmäßig so auf der Hand, sondern man hat immer drei Karten, die zu einem selber zeigen und zwei Karten, die man selber nicht kennt, die zu den Mitspielern zeigen. Und wenn man nun dran ist, muss man eine von diesen fünf Karten auf diesen Stapel spielen. Und dabei können einem die Mitspieler auch helfen. Also der Mitspieler kann zum Beispiel sagen, ja, dass diese Karte hier, die ist super, die solltest du spielen. Oder ich sage dann, ja, ich habe aber auch noch eine ganz gute Karte und so weiter. Und dann muss man sich abstimmen, welche Karten man spielt. Und jedes Mal, wenn ich eine Karte spiele, die mir zugewandt ist und die auf den Stapel spiele, dann ziehe ich eine Karte und tue sie in meine Hand, aber dem Mitspielern zugewandt. Und wenn ich eine Karte spiele, die dem Mitspielern zugewandt ist und ich spiele sie auf den Stapel, dann ziehe ich danach eine Karte und die ist danach mir zugewandt. Also dieses, je nachdem, wem das zugewandt ist, das wechselt von nach und nach. Ja, und so versuchen wir möglichst im Uhrzeigersinn immer weiter Karten auszuspielen, bis wir vielleicht irgendwann keine Karten mehr spielen können. Denn es kann sein, dass wenn ein Spieler an der Reihe ist, dass er keine Karte hat, die eine höhere Wertigkeit von der Farbe her oder eine höhere Zahl hat. Und dann ist das Spiel vorbei und dann schaut man, wie viele Karten sind insgesamt bei den Spielern noch übrig. Und je nachdem, wie gut man da abgeschnitten hat, bekommt man dann hier so einen Rang, der hier in der Anleitung angegeben ist. Das kennt ihr ja auch von anderen Spielen. Das ist so das Grundprinzip und dann gibt es noch die Möglichkeit, so zwei Spezialkarten mit reinzunehmen. Davon gibt es dann jeweils zwei Stück und die können dann im Spiel währenddessen gezogen werden und die verändern dann einmal die Farbwertigkeit. Also wenn die gezogen werden, die Karten oder wenn diese erste Karte gezogen wird, dann ist die Farbwertigkeit umgekehrt. Das kann man dann auch hier wieder mit dieser Surfboard-Karte markieren. Und wenn die zweite Karte davon gezogen wird, dann wird diese Umgekehrtheit wieder rückgängig gemacht. Und dasselbe gibt es auch noch mit Zahlen, dass quasi eine 0 dann höher ist als eine 1 und so weiter. Damit kann man das Spiel noch so ein bisschen schwieriger gestalten. Ein bisschen, ja, es ist dann ein bisschen schwieriger zu verfolgen, weil man immer genau überlegen muss, was hat denn jetzt eine höhere Wertigkeit, die und die Farbe oder die und die Zahl. Genau. Und tatsächlich ist das Ganze relativ schwierig, finde ich. Also wir haben mehrere Runden gespielt und wir konnten nicht so richtig alle Karten loswerden. Das ist tatsächlich mein großes Ziel, nochmal eine Runde zusammenzubekommen, wo wir dann alle Karten nacheinander ausspielen können. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn wir uns die Farbwertigkeit hier angucken. Blau hat eine sehr hohe Farbwertigkeit. Wenn ich aber jetzt eine, ja, eine hohe blaue Zahl habe, wie zum Beispiel eine blaue, dunkelblaue 4, dann gibt es ja im Grunde genommen, wenn die oben liegt, nur eine Karte, die diese Karte schlagen kann. Und das ist die dunkelblaue 5, die ich dann lege. Und danach gibt es eigentlich keine Karte mehr, auf die man die, was man da drauflegen kann. Und da muss man dann entweder hoffen, dass man die als allerletztes legt oder man muss hoffen, dass man eine von diesen Wertigkeiten-Umkehr-Karten zieht, um dann noch eine Karte draufspielen zu können. Und das erfordert wirklich eine sehr große Planung und ist, ja, ich finde es auf jeden Fall schwierig. Ist tatsächlich ein ziemlicher Brain-Burner. Es spielt sich nicht so super flockig runter, weil man wirklich immer im Voraus planen muss, welche Karten denn wie gespielt werden können. Da kann man ganz schön schnell mal irgendwie zu schnell eine Karte legen und dann kann der Mitspieler, der nächste im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn plötzlich keine Karte mehr legen. Das passiert sehr schnell. Das heißt, Kommunikation ist hier das A und O. Und diese gemeinsame Planung ist wirklich extremst wichtig bei dem Spiel. Gefällt mir wirklich ganz gut, ist aber tatsächlich nicht so ein lockerer Absacker, wie man das vielleicht von so einem kleinen Kartenspiel erwarten mag. Es hat in sich dieses Spiel und da sollte man dann doch die ein oder andere Gehirnzelle noch wach haben. Und ja, das ist so mein Ersteindruck zu Wave. Und ja, ein schönes Ding. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr ein bisschen was sucht, was euch auch etwas fordern könnte. Dann machen wir mit Kabanga weiter. Und Kabanga ist ein kleines Ablegespiel von Amigo. Ab acht Jahre dauert ungefähr 20 Minuten und ist für drei bis sechs Spieler. Und hier haben wir ein Ablegespiel, bei dem wir genau gucken müssen, welche Karten wir auf der Hand haben und bei denen wir möglichst schnell unsere Karten loswerden wollen. Wir haben insgesamt Karten von 1 bis 18 in vier verschiedenen Farben. Das sind ja die Zahlenkarten. Jede Zahlenkarte hat auch noch so einen Raute-Wert. Das ist der hier. Da haben die Karten, die in den Rändern sind, also die niedrigen und sehr hohen Karten, die haben da sehr wenige Ränder, sehr wenige Rauten und die in der Mitte haben sehr hohe Rauten an Zahlen, so wen ich das richtig überblickt habe. Und dann geht es darum, seine Handkarten möglichst schnell loszuwerden. Und wie machen wir das? Wir haben am Anfang Handkarten auf der Hand und in der Mitte liegen solche Masken. In der Mitte liegt eine Reihe von Masken. Eine Maske in Rot, eine Maske in Lila, eine Maske in Blau und eine Maske in Gelb. Und links und rechts von diesen Masken liegen Startzahlenkarten. Das sind diese grauen Karten, die verteilen wir einfach zufällig auf links und rechts von diesen Masken. Und dann können wir uns nun aussuchen, eine Karte von unserer Hand, zum Beispiel eine rote 9, neben die rote Maske zu spielen. Und dann können wir die entweder links von der roten Maske spielen oder rechts von der roten Maske. Also auf eine der beiden Zahlenkarten von diesen grauen, die schon neben dieser Maske liegen. Und dadurch, dass wir dort eine Zahlenkarte hinspielen, entsteht eine Lücke zwischen diesen beiden Zahlenkarten. Also links liegt ja eine Zahlenkarte, sagen wir mal, da liegt eine 1 und ich spiele jetzt diese 9 rechts von der Maske. Dann habe ich links von der Maske eine 1, rechts eine 9 und da entsteht eine Lücke, nämlich die 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Die sind alle dazwischen. Und nun kann jeder Spieler, der eine rote von diesen eben genannten Zahlenkarten auf der Hand hat, Kabanga schreien und diese dann abwerfen. Und ich, wo ich jetzt sozusagen die 9 gespielt habe und da so eine große Lücke gelassen habe zwischen diesen beiden Zahlen, muss dann dementsprechend viele Strafkarten aufnehmen. Und ja, so geht das Reihe um. Immer wenn jemand dran ist, kann er eine von den Karten, die er möchte, auf den entsprechenden Stapel neben einer Maske spielen. Und dann entsteht eine, ja, Zahlenlücke dazwischen. Alle Spieler, die Zahlen innerhalb dieser Zahlenlücke haben, können diese abwerfen und derjenige muss dann Strafkarten ziehen. Außerdem muss man noch aufpassen, dass man ja nicht auf die gleiche Farbe spielt, wie der Spieler vor einem. Da muss man auch nochmal eine Strafkarte ziehen. Und dann ist das Spiel vorbei, oder die Runde eher gesagt, der Durchgang ist dann vorbei, wenn alle Spieler ihre Handkarten, wenn ein Spieler die Handkarten losgeworden ist und alle Spieler, die dann noch Handkarten auf der Hand haben, die müssen dann diese Rauten auf diesen Handkarten zählen und das sind dann im Grunde noch Minuspunkte. Also man kann das auch als Pluspunkte sehen und sagen, ja, wenn jemand 20 Punkte erreicht hat, ist das Spiel vorbei. Und derjenige, der dann die wenigsten Minuspunkte bzw. Pluspunkte gemacht hat, derjenige hat dann das Spiel gewonnen. Genau, das ist ein ziemlich lustiges Ding. Das ist auch wirklich richtig gut angekommen in unseren Runden, weil es einfach so super flockig gespielt ist. Es verliert ein bisschen an Dynamik, wenn die Leute, ja, zu lange überlegen und zu lange auf ihre Karten starren, um dann auch auszurechnen, ja, okay, es sind jetzt schon so und so viel Rote abgeworfen worden, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich hier in der Roten so eine große Lücke reiße, dass ich dann Karten kriege, besonders niedrig. Dann verliert das, finde ich, ein bisschen an Dynamik. Ich finde, es ist einfach auch ein großes Glücksspiel. Man reagiert auf die Karten, die man bekommen hat, wenn man Pech hat und nur Karten hat, bei denen man große Lücken reißt, wenn man sie legt, dann ja, dann hat man halt Pech. Aber das Ganze, ja, es lebt von der Dynamik und diesem Kabanga-Geschrei, um dann den Leuten halt irgendwelche Strafkarten zuzuschieben. Das ist schon ein ziemlich witziges, kleines Absacker-Kartenspiel, muss ich sagen. Und ja, hat mir sehr gut gefallen und ist jetzt fester Bestandteil meiner Absacker-Kartenspiel-Sammlung. Und dann möchte ich euch noch kurz von The Academy erzählen. The Academy ist ein kleines Stich-Kartenspiel mit verschiedenen Rollen. Das Ganze ist für drei bis vier Spieler, also zu zweit könnt ihr das Ding nicht spielen und dauert auch ungefähr eine halbe Stunde pro Partie. Und der Kniff ist, dass wir, ja, wie schon gesagt, verschiedene Rollen haben. Denn es gibt vier verschiedene Rollen in dem Spiel, je nachdem, ob ihr zu dritt oder viert spielt, spielt der Rebell nicht mit. Aber ansonsten gibt es einmal den Käpt'n, es gibt einmal den Mastermind und es gibt einmal den Teamplayer. Und diese verschiedenen Rollen haben dann auch verschiedene Ziele während, ja, des Spiels und während der Stiche. Es ist nämlich so, dass immer der Käpt'n und der Teamplayer, die spielen immer zusammen. Die wollen zusammen eine bestimmte Anzahl von Stichen erlangen. Der Mastermind möchte mindestens genauso viele Stiche wie der Käpt'n und der Teamplayer zusammen. Und dann gibt es noch den Rebellen. Der Rebell spielt so ein bisschen für sich. Der möchte möglichst unterschiedliche Karten sammeln, also drei unterschiedliche Karten. Und wenn dann nach so einer Stichrunde die Ziele erfüllt worden sind, dann bekommt man diese Auszeichnung. Hier, das sind so kleine Plättchen. Und dann guckt man nach jeder Runde, ob jemand es geschafft hat, drei Auszeichnungen zu sammeln und auch noch die sieben, die lilane sieben in seinen Stichen zu haben. Und dann hat derjenige Spieler das Spiel gewonnen. Und vor dem Ganzen, also ist es natürlich immer so, die Rollen wechseln natürlich immer von Runde zu, oder von Durchgang zu Durchgang. Das heißt, man wechselt immer durch. Aber es gibt am Anfang noch die Möglichkeit, ein Gesetz zu erlassen und eine Trumpffarbe natürlich auszuwählen. Und dafür, ja, wählt quasi der Käpt'n erstmal, ja, kann eine bestimmte Anzahl von Karten ziehen. Das sind solche, ja, quasi, das sind quasi die ganz normalen Stichkarten. Und aus diesen ganz normalen Stichkarten wählt er dann eine aus und kann dann entscheiden, ob er quasi die Farbe dieser Karte als Trumpf möchte oder ob er das Gesetz, beziehungsweise die Fähigkeit der Karte als Gesetz festlegen möchte. Denn, ja, diese ganzen Karten haben hier unterschiedliche Fähigkeiten. Das ist zum Beispiel sowas wie, wer den letzten Stich gewinnt, bekommt eine zusätzliche Auszeichnung. Oder wer den letzten Stich gewinnt, bekommt eine zusätzliche Auszeichnung. Das ist die 9, dasselbe nochmal. Hier die 7. In dieser Runde gibt es keine Trumpffarbe. Oder die 2. Mastermind darf jede Karte verdeckt in den Stich spielen. Es sei denn, es ist die erste Karte des Stichs. Also, es gibt hier verschiedenste Möglichkeiten, das Spiel von Runde zu Runde quasi zu beeinflussen. Und, ja, wenn er das gewählt hat, also er hat entweder eine Farbe gewählt oder ein Gesetz, dann kommt der nächste Spieler in Zugreinfolge an der Reihe, der die nächste Rolle besitzt und kann dann den Rest auswählen. Das heißt, wir haben pro Runde natürlich immer eine Trumpffarbe und ein Gesetz und dann versuchen die jeweiligen Spieler ihre Rollen gut auszufüllen. Ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. Ist mal wieder so ein Stichspiel, was so einen gewissen Kniff hat. Ich habe es in der 4. Runde, ja, finde ich es am besten, muss ich sagen. Weil ich finde dieses, ja, wenn man zu dritt spielt, spielt immer der Captain und der Teamplayer, die spielen natürlich immer zusammen und der Mastermind ist immer so ein bisschen alleine. Aber ich finde, es hat irgendwie noch eine andere, coolere Dynamik, wenn man noch einen vierten Spieler am Tisch hat, der auch für sich spielt. Weil sonst ist es immer dieses 2 gegen 1, 2 gegen 1 und das wechselt natürlich auch immer. Und dann wirkt es auf mich tatsächlich sehr ausgeglichen insgesamt. Aber mit diesem Rebell, der dann auch noch versucht, die unterschiedlichen Farben zu ergattern, kommt nochmal so ein leichter, unberechenbarer Faktor ins Spiel. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und insgesamt, ja, ein fluffiges Stichspiel. Also muss man einfach sagen, es ist relativ basic. Es gibt jetzt keine super abgefahrenen Special Joker Karten mit irgendwelchen Fähigkeiten, die dann irgendwie noch irgendwelche Reihenfolgen verändern. Sondern es ist tatsächlich einfach immer dieses eine Gesetz, was die Runde so ein bisschen beeinflusst von den Regeln her. Und die Trumpffarbe ist dann natürlich auch pro Runde immer eine andere. Ja, und dann spielt sich das so locker flockig runter. Ist auf jeden Fall was für zwischendurch. Ich würde nicht sagen, dass es so ein krasser Super-Dauerbrenner wird, wie es dann vielleicht auch für manche Wizard ist oder Skullking oder so. Dafür bietet es von den Karten her wahrscheinlich zu wenig Abwechslung. Aber ansonsten würde ich das irgendwie ganz erfrischend, dieses auch mal 2 gegen 1 spielen bei einem Stichspiel. So ähnlich ist es ja auch bei, wenn man Thron von Valeria mit 4 spielt. Das ist ja, glaube ich, auch, dass man 2 gegen 2 spielt. Das mag ich ganz gerne. Und dann vor allen Dingen ich als jemand, der Stichspiele tatsächlich überhaupt nicht beherrscht, komme mir dann gar nicht so richtig verloren vor, wenn ich noch einen Teampartner habe, der auch die Stiche sammeln möchte und für mich das auch gut ist. Das finde ich ganz erfrischend. Ja, tolles Game, The Academy. Und ja, Nummer 3 im Bunde dieser kleinen Kartenspielreihe, die ich euch vorstellen möchte. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck darüber geben, wie diese Kartenspiele funktionieren, wie unterschiedlich diese Kartenspiele sind und was diese kleinen Kartenspiele so ausmacht. Mir gefallen alle 3 wirklich sehr gut. Wenn ich jetzt das ranken müsste oder auch so den Spielspaß, den ich bisher am Tisch hatte, dann würde ich sagen, ist Kabanga mein absoluter Favorit. Aber auch die anderen beiden Spiele finde ich wirklich gut und sie haben so dieses gewisse Etwas, was so ein kleines Kartenspiel auch benötigt. Ja, das war es mit diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich natürlich, wenn euch das Video gefällt. Dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Vergesst das nicht. Macht die Glocke an. Und dann würde ich mich natürlich noch freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich hätte hier einen Vorschlag, zum Beispiel die Preview-Liste, die ich gemacht habe. Ich habe 100 Spiele vorgestellt, beziehungsweise ich bin wahrscheinlich noch dabei, wenn dieses Video kommt. Mal gucken. Hier die Folge 1. Da schon mal 10 Spiele von 100 Spielen, die ich besonders interessant finde, was so die Herbstneuheiten angeht. Und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Das ist vielleicht auch ganz interessant für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.